He, da ist ein Kletterer. Ja, da kann man rufen. Ja, komm nicht rufen klettern. Nicht unten rum. He, Odin. Komm da rufen, komm. He, da war jetzt doch spannend. He, bin ich auch auf einem Baum? Hm, suchst du deine eigenen Bäume? Das wäre so ein Cooler da. Ja komm, ja komm auf meinem Baum. Odin. Ja komm. Drei Hunde, hey. Hast du gut gemacht, ja. Aber jetzt ist gut, jetzt kommen wir wieder rufen. Komm. Odin. Ja komm. Ja komm noch wieder. Ja komm. Ja komm, gehen wir wieder. Ja komm. Ja komm schnell. Ja. Ja du. Kehren wir rum. Ist ein wenig weit für dich. Ja, dort hinten arbeite ich. Ja genau. Am hintersten Zipfel. Hä? Ja, und regnet du es noch. Ja. Ja, regnet du es noch. Hä? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Fertig Pause. Da drauf. Dann kommen wir wieder retour. Komm. Ja genau, hey. Dann müssen wir starten. Hör auf, du. Bist du sicher? Mein Hirschgeweih. Woh hh hh hh. Woh hh hh. Die Stille weg. Woh hh. Woh hh. Woh hhh. Das ist der Puste hier. Uiuiui. Das ist dann aber steil da drauf. Das sieht man gar nicht. Das sieht man gar nicht. Wie steil das da ist, wo wir herkommen. Und wie steil, dass wir mal bergauf nehmen. Dann haben wir wieder Strasse. Fertig klettern. Hä? Ja genau. Jetzt gehen wir nach Hause. Huh. Wo war das anstrengend? Hä? Wo war das anstrengend? Ja, da unten sind wir gekommen. Aus dem Dschungel da unten. Tapfer waren wir. Tapfer. Jetzt gehen wir nach Hause. Sonne und Regen. Alles gleichzeitig. Und noch die Luft. Komm. Ja schnell. Husch. Ja schnell. Ja schnell. Da können wir dann im Wald verschwinden. Dann ist es besser mit dem Regen. Hä? Ja komm. Ja komm. Ja gell. Haben wir es nicht gewusst? Schau. Ist halt so gell. Ja. Hä? Dann schiesst es dir an. Also komm. Ja komm. Kannst du ein bisschen unter das Dach? Ja. Ja. Oh. Ja? 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 Muss noch? Ja, ich warte. Entschuldigung. Entschuldigung. Wem ist ich hier? Odin? Ja, du. Komm, geh nicht immer noch. Sind wir ein rechte Stückchen höher? Ja, Odin? Das ist cool so weit. Du siehst schon wieder raus. Geh mal gucken, von so weit oben hast du es noch nie angeschaut. Und auf das Mal ist der Regenwurst. Komm, gehen wir weiter. Ja, gehen wir weiter. Ja, gehen wir weiter. Gerade Odin. Kommt die Sonne wieder nach vorne. Ja, warte. Mach die Pause. Muss ich voraus? Hey. Falle Hörsch die Widrim, die Krichte. Ramm. Warte immer langsam. Warte, warte suite jetzt. Ho, auf. Spirale. Warte, warte warte. Warte, warte man sie auch. Warte, warte! Läger inbauen! Ich muss aber auch wissen, dass ich sie nicht sagen kann. Läger inbauen! Ich bin ein Tapferer Krater. Ich habe eine gute Drabbe. Du gehst die Show mit? Schniffler. Ich fahrs wieder runter gut. Okay, und wir freuen uns schon wieder an. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder auf dem Stress drin. Soll ich schauen, ob es Hunde hat? Komm, ich gehe voraus. Ja, hast recht. Schön warten. Schön warten. Ich gehe schauen. Auf die rechte Vögel. Hey, da sind wir. Kannst du kommen? Komm. Ja. Ah, wir haben jetzt noch den Weg nach Hause. Kann ich den Weg? Ja, gehen. Ich gehe aufs Schauen. Kann. Ja. Jetzt sind wir auch schon da rauf. Können wir mal unten beim Jockenwelt raus? Ja, im Klettergarten. Hä? Geht den Weg hin Richtung Klettergarten. Und du machst jetzt? Hä? Klimakleber. Alles Dschungel aus deiner Perspektive, gell? Komm. Ja, ich gehe auf dem Klettergarten. Pharah, der ist eine Reise zu machen. Dann ist er schon bald heisser. Welchen Weg willst du gehen? Du kennst den Hiveg 1, du kennst den Hiveg 2. Welchen wollen wir nicht? Wo gehen wir? Nehmen wir nur Varianten 1. Aber nehmen Varianten 1. Wir müssen jetzt aber rechts abbügen. Oder rechts. Rechts abbügen, ja. Führe noch gut rechts. Nicht gerade runter. Ja, leicht. Da soll man vorhin sagen, Katzen verstehen gar nicht. Aber so etwas, was ich gesagt habe. Ja, kann raus. Ja, ja. Hä? 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 Ja, da sind wir mit der Lili und der Medi letztendlich durch, hä? Magst du dich noch erinnern? Jetzt ist es nicht mehr wie die Heine, hm? Jetzt haben wir es denn gerade. Da vorne bist du gewesen, so weit sind wir noch gar nicht gelaufen mit dir, hm? Ja, Rekord. Rekordkarte Odin. Und er hat immer noch nicht genug. Hä? Er hat immer noch nicht genug. Komm. Ja, jetzt aber. Ja, ist denn super. Da haben wir noch Holz zum Führen. Ja, mach super. Bevor wir nach Hause kommen. Hm? Das war ein schöner Spaziergang, siehe. Aber auch alles hat mal ein Ende. Na, ich komme doch auch Helfer an. Ja, ich komme doch auch Helfer an. Ja, ich komme mal. Das war im Tre اس. Ja, ich komme doch noch mal. Ich komme nicht super. Vielen Dank.